Moin, das Aymen im Brötchen snipe den Leuten in ihr Köpfchen. Er snipe echt gut und ist echt krass. Das ist unser Pipimax. Schreibt gerne wieder weiterhin lustige Kommentare unten rein. Auch gerne mal ohne Reime einfach irgendwie sowas Lustiges, was mich zum Lachen bringt. Dann kommt ihr vielleicht ins nächste Video mit rein. Und heute dreht sich alles um eine bestimmte Waffe, Leute. Und das ist die Spitfire. Und ich sag's euch, Leute, die ist wirklich mit Abstand die schlimmste Waffe auf dem PC. Natürlich auch mit der Sauger Kimbo, aber ich finde einfach auch vor allem mit dem Wildfire Agenten Mod, die ist so gestört gut. Vor allem, wenn man sie so spielt, wie ich sie hier jetzt gerade gebastelt habe. Oder eben hier auch mit Agenten Mod Wildfeuer. Das ist nicht mehr feierlich. Wir springen erstmal eine Runde TDM. Ich zeig euch das Ganze direkt. Und ich sag's euch, heute wird richtig eskaliert, Mann. Das wird richtig, richtig nice. Wie allein die Spitfire hier schon so süß in den Händen hält, ist zu lustig. Ich werde euch jetzt erstmal das Ganze zeigen mit Laser 1 und 2 ohne den Agenten Mod. Weil ich finde, dass es allein so schon richtig krank OP ist, Leute. Ihr könnt vielleicht schon sehen, welche Streaks ich eingepackt habe. Hier schön Mantis, dann die Scharfschützen. Oh, das wäre direkt der erste nice Kill gewesen. Aber ihr seht schon, mit Laser 1 und 2, man kann die so aus der Hüfte wegspringen, weil das so präzise ist. Und ich finde das einfach viel zu OP, Mann. Das müssen sie doch patchen. Und ja, Einsatzteam ist auch mit dabei. Wir wollen einfach mal gucken. Oh, der Kollege huscht schon weg, aber, oh lol. Er hat trotzdem absolut keine Chance dagegen. Ihr seht ja, wie OP das ist. Vor allem halt mit Range und Nahkampf. Man kann aber auch gut auf Range damit abgehen, weil, wie gesagt, mit dem Agenten Mod ist es schwierig. Weil die halt komplett dann durchdreht, aber ohne Agenten Mod. Okay, das waren vielleicht ein bisschen zu viele. Oh ja, hier schlingeln sich schon wieder ein paar Gegner lang. Guck mal, hier auf Range. Man kann das vor allem halt auf PC relativ gut kontrollieren, so den ganzen Rückstoß. Oh, oh, oh. Guckt euch das an, ne? Das ist auch... Oh, okay. Jo, er schlingelt sich da hin und neifelt mich. Alles klar. Oh, ich glaube, da muss noch einmal kurz der Sturm raus, weil die Gegner sich hier denken, sie können ja alles mit mir machen. Oh, Kollege. Komm, du auch noch. Kein Problem, du. Loy, wie ich die alle auseinandernehme. Ist hier noch was? Oh ja. Komm. Loy. Was mache ich mit denen? Äh. Und noch einer. Und der auch noch. Loy. Leute. Äh. Nein, nein, nein. Ich habe alle Streaks. Was habe ich gerade gemacht? Alter. Warte mal, ich hau die direkt hier raus. Alter, nur mit dem verdammten Sturm. Ich glaube das nicht. Nein. Ich glaube das nicht, Mann. Okay. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Wie viele Sturmkits habe ich gemacht, Alter? Habt ihr mitgezählt? Junge. Dankeschön. Ja, 19 Kills haben wir schon. Oh, nein, nein, nein. Die Sonnenbrille. Ja, ich würde sagen, äh, Mantis, Einsatzteam und Kampfhinie noch in der Luft. Macht doch mal ein bisschen was. Ich laufe jetzt einfach mal mit und gucke mal, was die so machen. Ja, okay. Also ein paar Kills machen sie auf jeden Fall. Ich bin Prestige 8 Level 39 GG. Oh ja, die Spitfire, ne? Hauptsache so in der ersten Runde so random einfach direkt alle Streaks gemacht. Such doch mal was. Oh. Oh. Komm, Kills. Und ich will auch noch. Jawohl. Jetzt noch mal ein bisschen Spitfire Action. Alter, Mann. Das geht ja gut los im Video. Oh. Dann kommen sie wieder mit ihren Drecks. Wir sehen die Slyfer, ne? Ihr habt ja jetzt schon kurz gesehen, was die Spitfire denn kann. Und ich muss wirklich sagen, dass ich sie im Vergleich zur Saug echt ein bisschen krasser finde noch. Oh. Oh ja. Easy. Ich muss ja einfach nur reinrennen und die Kills machen. Ihr seht das ja mit der Spitfire. Du kannst halt einfach da rein sprinten. Auch mal auf die Range. Ja? Wenn man das nötige Aim dazu hat. Eventuell könnte das dann nur funktionieren. Oh. Movement, Alter. Komm. Aber das... Hm. Slyfer. Ah. Uh. Okay. Alles klar. Ach, da kommt noch mehr. Ach, du heilige. Ich muss jetzt mal... Ich gehe jetzt auf Streaks, Leute. Ihr merkt das schon. Das läuft. Oh. Hier sind wieder einige. Aber ihr seht ja schon, wie gut das läuft, ne? Oh. Ich könnte eigentlich die Kriegsmaschine mal kurz einmal hier reinballern, weil da einiges an Gegnern hockt. Nein. Der Nächste. Nein, 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 nein. Ich bin so dumm. Ich sterbe. Eins vor Streaks und dann hätte ich alle gehabt gleich. Jetzt so eine Sniper-Spitfire-Kombination. Hätte ich auch Bock drauf. Gar kein Problem. Ich spiele gerade ohne Leichtgewicht, müsst ihr wissen. Und ich renne so in die Nahkämpfe rein und spiele einfach alles um. Oh, oh, oh. Morgen. Ich muss gerade nur so ein bisschen noch mehr mich für die Gunpfeils hier aufwärmen und dann läuft das eigentlich auch alles. Der schluckt mal wieder alles auf. Warum spielen denn alle so, Mann? Einfach rein da. Ach, du Lümmel. Jawohl. So, easy. Junge, Sieg und weiter. Ah ja, da haben wir sie, die Sauger-Kimbo. Aber er benutzt sie nicht, weil er weiß. Die Spitfire ist besser und nimmt dann deswegen die Stacheln. Da ist er, ha? Ja. Geh nicht gegen mich, du. Easy. Oh ja, Kollege. Ach, du Heilige. Komm mit. Oben ist noch einer. Heilung. Rein und raus mit dir. Oh Gott. Gegen Sauger-Kimbo. Kein Problem. Schon wieder. Hä? Was ist denn da los? Genau das Richtige, was er gesagt hat. Der Sauger-Kimbo ist eindeutig unterlegen. Bup. Und. Bup. Nein. Oh, Aim. Hier war noch einer. Ah ja, danke. Das ist so gut mit dem Sturmann. Ah, noch einer? Ah. Ah, easy. Junge. Ich geh bei mir für eine Party gerade. Uh. Ah. Oh, noch einen. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass auf Slums die Streaks ordentlich rasieren werden. So, wir gehen jetzt einfach mal rein. Alter, was ist mit denen denn los? Okay, volle... Wie viel Glück haben die gerade? Kommt, wieder 100 gehen auf einmal. Er leckt da sich rum. Nice. 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 Und. Oh, wieder. Noch zwei. Hallo. Wie viel noch, Alter? Kommt. Oh, ich muss hier weg. Guck mal, das hört nicht auf. Und warum kann der mich holen? Wie? Ah. Weißt du, was ich jetzt sage? Guten Morgen. Und. Nein. Guten Morgen. Guten... Nein, was? Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, der dritte. Weiter geht's. Ja, Kollege. Oh nein. Heilung. Gib mir Heilung. Mann, gib mir böse. Oh Gott, oh Gott. Ich lebe, ich lebe. Komm. Einmal rein. Punkte her. Und rein. Oh, easy. Oh. Weißt du was? Easy. Nein. Oh nein, nein, nein. Heilung. Ich glaub's nicht. Was mach ich hier gerade? Ich muss hier weg. Oh, tschüss. Raus damit. Und. Raus damit. Oh Gott. Nein. Das haut das so langsam raus, ne? Ich hab noch nie so schnell Streaks gemacht. Ja, moin. Und. Ich will eigentlich rein, aber ich geh lieber nicht rein. Aber der hier, der hier. Ah, das ist meiner. Ah, nein. Kollege. Ja, easy. Guck mal. So schnell macht mein Einsatzteam innerhalb von zwei Sekunden einmal gemacht. Das ist so gestört, Alter. Oh, easy. Guck mal, so schnell dreht man die Runde für sich. Ihr seht ja, wie easy das sein kann mit dieser Waffe. Ich verstehe einfach nicht, wie krank das ist. Und vor allem dann jetzt nochmal mit dem Wildfeuermod, will ich es euch auch nochmal zeigen. Weil der bringt dann die Waffe nochmal auf so ein ganz anderes Level, was so den Nahkampf angeht. Und wir werden hoffentlich nochmal schön die Streaks machen. Man muss natürlich ein bisschen Glück haben, dass die auch einem in die Arme laufen. Wie zum Beispiel hier. Oh, oh, oh. Das ist ein bisschen schnell. Man muss eigentlich so schießen. Nein. Oh. Hilfe. Ich bin so im Gegnerspawn. Was soll ich tun? Hilfe. Oh, das ist ganz schwierig. So die Rangekämpfe, das geht dann eher gar nicht mehr. Oh, der ist ja am Slipen hier. Easy Alvarei-Bretzel, du. Oh, nein. Oh, nein. Aber. Nein, warte mal. Was? Ich hab den Kill nicht bekommen? Das ist unglaublich. Die haben keine Chance. Es ist nur die Frage, wo ich mich aufhalten soll. Weil ich eigentlich nicht die ganze Zeit hierbleiben will. Ich geh jetzt mal an den noch. Heidon. Danke, dass du den Dings da angemacht hast. Dann seh ich wenigstens, ob hier was ist. Kolleginnen und Kollegen. Ich will hier weg eigentlich. Aber wo lang? Jetzt haben die B. Okay, warte, warte. Nein, nein. Ich habe wieder das Pech meines Lebens. Guck mal, ich lau vor ihm. Ich hab ihn nicht gesehen. Ey. Der ist da ganz hinten. Ja, das ist halt unmöglich. Ne, ne, das machen wir nicht. Das ist halt leider eher nicht machbar. Es sei denn, ich... Ich triggere halt einfach ein bisschen. Alter, wie krank. Hier muss ich tatsächlich sagen, dass ich Wildfeuer echt so für konstant gut spielen ein bisschen zu krass finde. Also da reicht die normale Spitfire mir auch vollkommen aus. Die ist leider auch so gut, man. Hat hier wer überhaupt hochzukommen? Ne, aber. Ich werde mich schon hinter die begeben. Oh Gott, das war nicht gut. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Lass mich. Ich muss auf ihn zu rennen. Und rein und weg. Oh nein, hinter mir. Oh, nicht gegen mich, du. Oh, Junge, Junge. Ich weiß immer nicht, wohin ich dann rennen soll, weil ich habe immer das Gefühl, ich renne immer den Gegnern wieder auf die Arme. In die Arme, genau. So heißt das. Halt, links, stopp. Und morgen. Das ist perfekt, Mann. Genauso liebe ich das. Komm hier lang. Ja, ja. Nehme ich mit. Oh Gott. Heilung, Heilung, Heilung. Nein, nein, nein. Wie kann das sein? Wehe, ihr müsst mich mit einnehmen lassen. Hallo. Stopp. Besser Move aller Zeiten wieder. Übel abgestaubt. Und dann rein. Raus. Und tschüss. Oh nein. Was? Wo kommen die her? Da oben noch einer? Hier auch. Oh Gott, überall wieder. Wenn ich jetzt hier links laufe, bin ich absolut dead, oder? Ja. Okay. Ich gehe da mal. Bitte. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Zwei und dann? Wo ist der nächste? Teammate, schieß drauf. Du musst auch drauf schießen. Danke. Nur so ein bisschen. Nur so ein ganz, ganz bisschen mit drauf schießen. Mehr brauche ich nicht. Nein, 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 nein. Hier kommen alle. Ich bin allein. Ich bin ganz allein gegen vier, fünf. Ich habe... Habe ich verkackt? Ich war... Ja, ich habe verkackt. Wieder eins vor Streak. Ich war... So. Jetzt nochmal auf Neustart, weil ich wäre ja nicht... Ich wäre nicht jetzt hier nicht einmal mit der Easy-Waffe nicht ganz entspannt die Kills machen würde. Boah, sogar mit Eroberungsabschluss. Das gefällt mir soweit sehr, 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 sehr gut. Renne ich jetzt hier wieder rein? Ja, machen wir einfach, weil die Gegner, die lassen mich nicht in Ruhe. Oh, lasst mich in Ruhe. Ich glaube es nicht, Alter, was die wieder für eine Show veranstalten. Ich glaube, wir müssen außen rum gehen. Das ist, glaube ich, die beste Variante gerade, um die irgendwie auseinander zu bringen. Ja, guck mal, auf Range, du kannst halt... Solange du halt noch ohne Wildfeuer spielst... Oh, der hat ja eben gar nichts abgezogen. Also, solange du halt normal gegen die spielst, ist es okay. Jupp, den nehme ich auch noch. Hier ist auch noch einer drin. Nein, 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 den drin. Was für eine Klasse hat er? Das ist absolut die gleiche. Ja, Auto gegen Auto. Oh, nee, hier Auto, gönn dir. Oh, Kollege. Ja, das gefällt mir doch. Oh, Mogen. Ich aim auch vielleicht zu viel rein, kann das sein? Vielleicht muss ich ein bisschen mehr so... Das ist ja, Absolute One-Shot. Oh, ein bisschen mehr Hip-Fire-Action machen. Oh, und dann könnte das Ganze besser funktionieren. Ich glaube, ich sollte echt weniger auf Range gehen. Guck mal, hier den zum Beispiel einfach so. Zack, guck mal, so ist das so easy. Das ist unglaublich, ne? Ich nehme es mir auch immer, einfach wieder zu hart zur Challenge irgendwie, wer weiß was zu machen. Oh, hier wieder, Kollege. Ja, moin. Ich bin jetzt das vierte oder fünfte Mal 1-4-Suite gestorben. So, ich habe jetzt so langsam auch die Faxe dicke gegen die ganzen Schwitzer. Ich denke mal, man muss jetzt echt mal so langsam Machtwort gesprochen werden. So, Nummer 1. Ich glaube, TDM ist halt auch echt die bessere Wahl gerade. Uh, vor allem, wenn ich sowas vorhabe. Dann kann ich mich nämlich voll und ganz auf die Kills konzentrieren. Kommen wir nicht in irgendwelche dummen Lobbys. Oh, oh nein, oh nein. Oh, no. Oh, Junge, ich höre schon wieder Ajax. Ich habe gar keinen Bock mehr. Also, wenn mich was abfuckt in diesem Spiel, dann ist es der Ajax. Also, das ist wirklich die komplette Priorität, was das angeht. Oh, aber ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen Kill normal gemacht. Nur aus der Füfte. Nein, oh, hier angeht es. Das heißt, ich habe so ein Pech wieder kurz vor Streak. Nein, mhm. Er knipst mich mit einer Pistole aus. Mit einer Kugel. Alles klar. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Die campen nämlich alle nur hier. Die ganze Zeit hier mit seiner kleinen Kackpistole, Mann. Hier einmal. Was bin ich für ein Typ? Ich schieße einfach mit der Pistole rum. Weißt du, was ich dazu sage? Hier. Knips, Digga. Knips, Junge. Zack. Kann ich dich mit deinen eigenen Waffen schlagen, du Kleiner. Und rein da. Und rein da. Easy, Junge. Weißt du was? Nicht mit mir, du. Nahkampfbiest des Grauens, Mann. Und die Pistole wieder. Ich hasse sie so überall, das Mann. Bleib mich voll. Und rutsch. Oh. Outplayed, oder? Oh nein, 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 nein. Outplayed. Weißt du, da machst du 34 Gun-Kills in TDM. Aber es reicht halt nicht, weil die Gegner so ekelhaft spielen. Weil es alles Götter sind. Aber ist egal, weil wir jetzt die nächste Runde einfach komplett durchdrehen, eskalieren. Und es reicht dann auch. Ich würde sagen, nochmal ganz entspannt jetzt hier die KR-Einheit. Warte was? Das Einsatzteam auch erreichen. Ah. So. Los geht's, ja. Das sind schon wieder die größten Schützer, muss man schon sagen. Ah, da hüpfe ich doch mal hier entgegen. Weißt du? Hol mir den. Kollege. Hat der auch Bock? Ja, der hat auch Bock. Oh, ja. Komm, Suchermine. Die sind hinter uns. Aber den kann ich mir gönnen. Morgen. Und jetzt hier links. Die kommen hier links. Ja, ich spüre es doch. Oh nein, 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 nein. Wieder 200 Punkte. Ich bin, ich hasse die so verdammt nochmal sehr. Heimisch. Danke. Noch ein bisschen nachladen. Huh. Okay. Hier ist wahrscheinlich sehr viel los gerade. Boah, Junge. Da, ja. Natürlich kommen sie alle hier. Oh, ich habe schon alle Streaks. Leute, das läuft. Moment, komm, wir hauen ihn mal hier hin. Ich muss doch nur einen Kill noch holen, oder? Oder ein bisschen mehr vielleicht. Ich weiß es nicht. Einmal kurz beide angeschossen. Teammate holt sie und ich habe die Streaks. Das wäre auch nice. Was? Ich habe... LOL. Das war gerade nice, ja. Oh, ja. Oh, ja. Danke, man. Das war ein vielen lieben Dank, Mann. Oh, Einsatzteam. Hallo. Ich will jetzt das Einsatzteam irgendwo rausholen. Ich überlege gerade, wo. Dann müssen wir einfach hier zack, mittig. Reiner. Oh, ja. Oh, ja. Die machen gut Streaks, die Streaks. Ja, das macht auch Sinn auf jeden Fall. So. Ich bin jetzt mal... Einmal... Oh nein. Oh nein. Das sind zu viele. Oh Gott, oh Gott. Wo ist der? Ich will die Punkte. Alles gut. Okay, Einsatzteam macht wieder Killz, aber ich sehe keine Gegner. Oh, Kollege. Danke. Der Nächste ist abgehauen. Der ist runter. Kriege ich den? Ah, der ist tot. Nice. Hier der Nächste. Ich habe das Pech meines Lebens. Das ist unglaublich. Ich mache die beste Runde, bin kein Herz, der zwei gestorben hat, glaube ich, fast 30-0 oder so. Und fliege raus. Ja, Leute. Hat Spaß gemacht mit euch. Spitfire ist auf jeden Fall eine absolute OP. Und ich glaube, das war ein Zeichen dafür, dass wir damit einfach nicht mehr spielen sollten. Ich werde jetzt nur noch auf Gold spielen wahrscheinlich und dann auch erstmal nicht mehr anfassen. Wobei, ich verspreche das lieber nicht, weil hinterher werde ich sie doch spielen, weil alle, die spielen... Leute, was war das wieder heute für ein Video? Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Lasst noch ein Abo da, falls ihr es wirklich gemacht habt. Und gerne auch eine Bewertung. Schaut auf jeden Fall gerne auch hier unten auf Instagram vorbei. AdMaxChillig würde mich mega freuen. Checkt die letzten Videos hier an der Seite aus. Und ja, wie gesagt, war es mir auf jeden Fall wieder eine Ehre. Hat Spaß gemacht und ja, danke schön fürs Zuschauen. Haut rein, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.